Willkommen zu nem neuen Dreckspart Mario Bros Kacken Digga! Direkt ne Wunderblume! Was zum Fick kommt jetzt? Okay, das war dumm. Weißt du was? Ich benutze den Klimmsprung-Ding. Ich weiß schon, dass ich 24-7 in diesem Part das hier machen werde. Okay, es wird schneller. Geil. Schneller, du Idiot. Was ist das? Was? Was? Hä? Was ist das so? Ja, Höhle. Wie? Wie hab ich das geschafft, Digga? Sag mir wie. Digga. Okay, man kann's wieder von vorne machen. Zumindest hat Nintendo daran gedacht. Ja. Dauert zehn Jahre, bis das auftaucht. Natürlich. Heute wird ein salziger Part. Oh, das war einfach nur dumm, aber krass gerettet. Lüchi, du kannst nicht mehr lange Yippie schreien, das freu... das... kann ich dir sagen. Ja. Ja. Wie klein willst du die Plattform machen? Ja. Only ab 64, Spasti. Wenn ihr euch fragt, wie ich auf Only Apfel investe, ich komm keine Ahnung. Ja. 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 Also ich habe schon mal die drei Lider Zehner Münzen. Ist doch schon mal auch ganz gut, oder? Oder? Wie? Nein, was soll das denn heißen? Ich gebe dir auf die Fre... Und fast fünf Minuten erst im Part. Ich habe mir das extrem vorgestellt. Ach, fünf Minuten, 31 habe ich noch. Wie kurz willst du die Zeit der Aufnahme machen? Ja! Piep dich doch einfach! Piep dich!